Skurrile Situation Das Leben ist voller Gefahren Schräge Typen Wow, Alter, bist du pervers oder was? Großes Entertainment Mit etwas im Arm arbeitet sie es besser. Danke, ich bin Veganerin. Aber das sind doch keine echten Bärchen, die sind auch das Gummi. Das Leben spielt unterwegs Yes! Gepackt! Highscore my ass! Jetzt exklusiv auf YouTube!